Hi, da bin ich wieder, euer Creature. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich kann mich derzeit nicht beklagen. Ich genieße offen gesagt so ein bisschen die Ruhepause von den ganzen Let's Plays, weil hier im Norden eine Veranstaltung war und wir auch dabei dementsprechend mehr zu tun hatten. Und jedes Mal, wenn ich zu Hause war, war ich schon wirklich wie so eine halbe Leiche schon. Und wenn ich dann noch in dem Zustand aufgenommen hätte, das wäre jetzt geworden. Deswegen die Pause halt eben, um wieder ein bisschen Kraft zu schöpfen. Und es werden Folgen rauskommen, so ist es natürlich nicht. Es ist halt nur so, dass aktuell es öfters mal zu Unterbrechnungen kommen kann. Ich sag euch auch gleich warum. Fange ich erst mal mit der Flur an, weil ich wollte meine Garderobe anbringen und da habe ich ein Kabel getroffen für die Spülmaschine, auch wenn ich keine Spülmaschine habe. Na ja, gut, aber wir gehen mal kurz rüber. Da muss ich immer ganz kurz alles decken, weil es sieht alles sehr unordentlich aus gerade bei mir. Das kann ich euch nicht antun. So, jetzt bin ich im Flur. Und zusammen zeige ich euch mal die Stelle. Und da ist die Stelle. Also da verlaufen etliche Kabel. Und der Elektriker sagte mir, dass da keine Kabel verlaufen dürfen. Altbauwohnungen halt eben. Die wissen es teilweise selber nicht, wo die ganzen Verkabelungen sind. Jetzt kann ich jedenfalls meine Garderobe nicht anbringen. Was mich mega verärgert. Ich muss die Garderobe wohl irgendwie loswerden, weil es mir ganz echt so wusselig wird. Weil ich müsste dann noch mal neue Löcher anbohren für meine Garderobe. Mal gucken, ob da überhaupt Strom durchgießt oder nicht. Mein Gerät hat mir dann noch nichts anzeigen können. Es ist mir ganz so echt anstrengend. Na ja, gut, gehen wir mal kurz ins Wohnzimmer. Da gibt es auch noch so ein paar Neuigkeiten. So, dazu decken wir mal kurz die Kamera. Okay, Wohnzimmer. Licht an. So. Ja, im Wohnzimmer gibt es momentan auch sehr viel zu tun. Mein Bücherregal steht inzwischen auch schon seit Wochen. Und hier ist mein neues Gehäuse auf meinem PC. Es ist ein Dian Li Ivo. Ja, in schwarz natürlich. Und neue Lüfter. Die ersten drei von zehn sind eingetroffen. Das sind ebenfalls RGB-beleuchtete Lüfter, nur dezent. Ich möchte meinen PC jetzt mal ein bisschen dezenter gestalten. Klar, RGB darf natürlich nicht fehlen, aber es muss halt angenehmer für die Augen sein. Apropos PC. Da geht er noch mal ganz kurz rüber. Aktuell sieht es so aus. Es ist alles offen. Ja, hier und da. Cabin Management 1A. Ja. Und dann kommen wir mal zur Wasserpumpe. So, ab und zu schießt die Kühlung auf 200 Grad hoch. Ich weiß nicht, ob es ein Software-Bug ist oder ob die Kühlung wirklich 200 Grad warm wird. Ich weiß es nicht. Jedenfalls macht mir das immer noch Sorgen. Ich habe die Wasserpumpe auch verstellt, dass der Radiator jetzt oben ist. Früher war sie da. Jetzt ist sie halt hier oben. Und ja, trotzdem schießt die Kühlflüssigkeit immer noch hoch auf 200 Grad. Aber ich habe keine Ahnung warum. Ich weiß es nicht. Also es ist wieder sehr, sehr kostspielig in letzter Zeit. Aber gut, ich habe mich halt eben dafür entschieden. Also darf ich mich auch nicht drüber beschweren. Und, aber worüber ich mich beschweren werde, jetzt bleibt es gerade ein bisschen. Mein Rolo hat sich da verabschiedet. Also es ist momentan wirklich eine einzige Baustelle. Ich hatte hier auch schon meinem Kollegen die Roomtour aufgenommen. Und es war soweit alles fertig aufgenommen. Nur war die Audioqualität so schlecht. Und da ich ohne Skript aufgenommen habe, ist es leider nichts geworden. So mussten wir die ganzen Aufnahmen mal canceln. Die wird auf jeden Fall noch kommen. Ich hoffe im nächsten Monat irgendwann, wenn ich mein PC-Bau fertig bin. Also ich werde jetzt erst mein PC bauen, es aufnehmen, dann die Roomtour aufnehmen, es hochladen und dann mein PC hochladen. Ja, es wird alles ein bisschen kompliziert, aber ich versuche mich da ran zu halten. Ich versuche jetzt gleich noch ein bisschen aufzunehmen, dass wieder ein bisschen was auf meinem Kanal hochkommt. Es ist aktuell nur so, du brauchst deine Ruhe. Irgendwann ist es wirklich soweit, dass ich dann irgendwann im flachen Bett liege und dann nichts mehr laufen wird. Also da muss ich wirklich aufpassen, dass ich da meine Zeit ein bisschen besser managen kann. Deshalb mache ich dieses Vlog, dass ihr auf dem neuesten Stand seid und ich ein Lebenszeichen von mir gebe. Und ja, das ist dazu. Gut, das ist dazu. Ich lade das Video nochmal schnell hoch. Und dann würde ich sagen, dass wir uns ganz bald wiedersehen. Passt auf euch auf. Gießt das schöne Wetter draußen und haltet die Ohren steif. Bis dahin. Ciao. Ciao.